halli hallo hallo ich meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu lera croft ente tempel auf osiris ich bin der onkel und wieder mit am status der odin eine wunderschöne link findet ihr in der videobeschreibung hat der onkel beim letzten war richtig richtig immer alle die immer mitspielen und falls im youtube channel findet auch in der videobeschreibung kann youtube channel hast du nicht da findet auch nicht nur die videobeschreibung eigentor eigentor ich mache ja nicht youtube ich mache ja bis ich mal jubi das war und das in die irgendwann ist hoch gegangen und was aufgang damit und das mit ihr schüler gab mir ein stück schokolade eine gusche geklappt dynamit machen kinder sind hier im vorteil wir müssen alter ein fleckschen zum kassner wuuh 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 wu�� wuph wu wuzu wu 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 Die ist gefragt, ach da drüben stehenspiegel, wo kommst du denn hin? Achso. Du musst ja drüben stehen bleiben, ich muss ja hier den Spiegel bewegen. Achso, ja, Ratte. Wetter, 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 Wetter. Oh, noch ein Stück, oh, noch ein Stück, ja. Yay. Lade in den Busch. Hm, da oben bin ich. Komm mal hoch, dass ich hoch kann. Ja, unten war da oben drin. Achso. Das läuft ja auch noch falsch. Ja, jetzt nix falsch zu laufen und der Odin, der läuft falsch. Na, 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 na. Wie ein Feuer. Oh, das ist geleckt. Ach, die Scheiße. Oh. Oh nein, 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 nein. Oh. Das war falsch, Ongel. Die andere Seite. Oh, da ist ein Totenschädel. Au. Ongel, du bist tot. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hm. Das wird nicht. Äh. Achso. Okay. Ich bleibe mal hier unten, sind aber noch solche Dinge. Ja, musst du ran. Warte. schießt das Ding auf mich, genau. Ah, genau so macht man das. Aha. Ne, hier nicht. Oh! Komm, ich brauch dich hier oben zum Totenkopf hin. Hm? Wo ist er? Nein! Ach so. Die wollen halt drauf bleiben. Ja, lass mich halt einfach fallen. Kannst aber auch mal Licht anscheiden. Ach, guck mal. Ja, roll mal auf das Ding rauf, genau. Wie hier? Ja, hier ist doch so ein rundes Ding. Oder? Nee. Hm. Komm mal hier rauf. Ich hab ne Idee. Genau. Stell dich mal auf die Kugel oben rauf. Ach, alles klar. Was denn? Geh mal kurz weg. Nein. Wie komm mal hier? Du gehst doch wieder ran. Die muss da rüber. Ach du Sau. Guck mal, die kannst du doch da hoch? Ja, ja. Will ich ja grad machen. Nein. Ja, das kann sein. Ach so. Ich hab mir, dass du dich da hochkriegst. Na, warte mal. Dann guck mal, ob du hier irgendwie rüberkommst. Ja, aber den Ball, ob wir den nicht wenigstens wieder mit rausnehmen? Ja, den können wir ja die Treppen dann hoch machen. So, warte. Du sagst mir, wenn du springst, dann mach ich das Licht an. Jetzt. Ähm. Halt, stopp. Genau. Da musst du rüber. Ja. So, jetzt kannst du den Ball mit... Ach ne. Ach so, warte, hier musst du wieder. Hier rüber da und dann sag, wenn du springst. Jetzt. Wir sind fast da. Warte mal. Aber das Wasser steigt. Hm. Und jetzt hab ich ja... Ich hab ja keine Möglichkeit. Das fahrt man von uns her. Ich kann es spüren. Vorsichtig. Du sollst nichts überstürzen. Was war denn da mit dem Ball? Hab ich nicht verstanden. Hm. Wir sind so gut. Wir brauchten den nicht. Vielleicht kommt das nur erst noch. Oh. Wir sind so gut. Kannst euch hier sind uns bewegen sich da jetzt hier Alter. Wenn wir doppelt Dynamit machen, dann Luft gibt es mehr. Ja eben, würde ich ja machen. Du sprengst dich dann immer unter Luft. Oh! Ich hab' ja versuch'n zu schnell gedrückt. War wieder Licht? Was ist denn da? Hast du das rausgezogen oder drinnen gemacht? Ausziehen. Da passiert was da oben. Okay, warte, ich will aber hier hin. Achso, dann kommen wir auch da lang. Ne, da will ich nicht hin. Dann will ich erstmal hier hin. Ne, dann kommen wir auch da lang. Hier bleuchtet blau. Hier geht's auch weiter, Onkel. Das sag ich doch dir. Irgendwas haben wir gemacht, wo ich jetzt hier... Achso, warte mal. Ich glaub, ich hab das Tor... Damit öffnest du, glaub ich, das Tor, oder? Na oben hab ich da schon geöffnet. Ne, unten ist aufgegangen. Unten, wo der Totenkopf drin ist. Ah! Habe ich. Oben ist aber oberch. Ne, das ist einfach so ausgegangen. Ah! Entschuldigung. Ah, da muss der Ball hin. Ja. Oder? Ja. Ich glaub, hier drüben geht's den Ball noch mal hoch. Hier ist Feuer, mach mal Feuer. Mach mal, es werde Licht. Hier geht's weiter. Hier ist O-Licht. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Dann müssen wir erstmal den Ball holen. Das füllt unser Leben auf. Da wir drüben können wir noch mal Rutschparty machen. Yay! Doch, ne. Man kann's hier rund aus, da unten. Mal prüfen wir das mal. Super. Guck mal, hier geht's überall noch weiter. So. Warte, ich mach hier gerade Korkodil platt. Nur wie Feuerkorkodil oder so. Ich glaub, es ist schon tot, oder? Nein! Ach man! Ach man! Ach so, das wär bloß das gewesen. Was ist die denn für'n Kleiner? Ich schreie auch noch rein. Ich glaub, die haben sie Zeit. Komm mal hier. Warte mal hin. Ach die, der Mann nicht mehr. Ja. Mach mal mal bitte Licht an. Mach mal bitte Licht an. Mach mal bitte Licht an. Mach mal bitte Licht an. Du Arsch. Ja doch. Und jetzt gehen wir hier drin. Ja. Ah halt. Hallo? Nein! Ach so. Ach so, du hast mal Vasen hier gefunden. Ne, und auch Licht an. Hm. Ein Licht-Ding an. Das mach ich doch immer an. Ja. Die ist mir eine Fackel. Oh! Oh, oh. Oh, oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, wenn du nicht so langschwimmen kannst, oder? Nee, da... Kannst du da unten zu der Plattform raus? Ich gucke. Ja, ich gucke mal mal hier, ob ich so langschwimmen kann. Langschwhoot. Wie lange schon, ich... Oh! ich bin da die ganzen diamanten da oben da können wir ja von hier aus auch noch mal ruf wartet dass man nur dass du da bist so jetzt licht nochmal licht an das licht geht an können wir noch mal waffen wechseln ja ja es ist jetzt noch mal Okay, dann sag die Zeit. Die Zeit, sagt, komm noch ein bisschen. Ah, hier geht's los. Ah, halt, stopp, Totenkopf. Yay. Das kriegen wir schon hin. Ach so. Oh, Alter. Ach so, da ist sie weg. Also, einmal. Sag, erst mal schiebe ich sie vor. Zack, und jetzt zieht sie da durch. Musst du mit dem Licht machen, ne? Ja, ja, hab ich vergessen vorhin. Du wirst Licht machen, weil dann... Du hast ja gesprungen. Okay, nochmal. Hä? Die geht noch eine Zeit hoch. Du kannst das bloß langsamer stellen, wenn du das Licht anschaltest. Ach so, hab ich ja, hab ich vergessen. Außerdem ist das doof, wenn du... Machen wir mal hier, dass das Ding weggeht. Müsste ich, glaube ich, nochmal... So, jetzt kannst du. Nicke? Hm? Na, du musst die holen, Nicke, halt die ganze Zeit das Ding. Du musst sie da hochbringen oder so. Wo muss denn hier hin, die Kugel? Öl, ach so. Da unten ist doch diese runde Plattform. Na, lass dich mal platzen, weil von hier kommst du nicht hin. Oder? Ja, da unten, da unter der Plattform, da, wo du hochkommst. Sie schon, probier's mal. Ja. Falt die ganze Zeit die... Du hast da unten einfach stehen. Da oben ist keine Plattform. Genau da wollen wir sie haben. Ach, da wollen wir sie auch haben. Muss aber natürlich noch mal lichtlos essen. Guck dir da an. Wieso wollen wir sie da haben? Ach, wegen der Wand hier. Schieb die mal da hin. Ach, na eben. Wir haben es geschafft. Bist du ein Affe, ey. Ich hab das nicht... Ich hab die ganze Zeit noch gehalten. Ach so, okay. Die hat doch aber schon rot geleuchtet. Oh, Lebensenergie. Nee, ich will's nicht an. Oh, nee. Oh, nee. Armit hat euch gewonnen. Lauf! Alter. Ich bin tot. Alter. Äh. Oh. Ey, 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 ey. Ach, die Scheiße. Das ist schon ein Winddinger, aber hier. Ach, schon wieder. Ah! Das hast du mich durcheinander gebracht. Man bleibt doch einfach tot bis hinten. Ja, und dann... ...bist du auch tot. Kannst du dich noch wieder beleben. Weiterhin. Na, jetzt bin ich durch dich durcheinander gekommen. Weil du irgendwo aufgetaucht bist, wo ganz Scheiße war. Aber egal. Ja, ich weiß nicht, was denn das? Oh. Genau, ich weiß nicht. Oh. Da haben wir jetzt gar nichts eingesammelt. Kannst du das Licht anmachen hier, Oner? So, wir haben den Fuß gefunden. Du kannst noch warten, bis wir ihn haben. Ja, ja. Okay, sehen wir zu, dass wir zum Schreien zurückkommen, bevor wir ertrinken. Naja. Na, trinken ist nicht so toll. Okay, liebe Freunde, machst du? Was? Genau, das. Dann mach ich jetzt mal ein Ende. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn es wie immer gefallen hat, Däumchen da lassen, kommentieren und ein Abo da lassen, wäre vielleicht auch cool. Und ja, würde ich sagen, bis denn. Ciao. Tschüss. Tschüß. Beautiful.